Meine Damen, meine Herren, jetzt wird's geil. Also bitte für die Herren, Hosen aufknöpfeln, bitte. Damen, Zeigefinger, Hosenschlitz hinauf und dann hinein. Ficke, 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 zwicke. Also, wir werden Ihnen jetzt eine Sauerei, alles mit onaniert. Möchten Sie nicht auch mit tun, bitte? Wir haben nämlich auch eine Dame, die hat jetzt so einen komischen Pilzmantel an und ich glaube, es tut auch mit. Ich halte Sie für eine ganz gute... Ja, sagen wir halt, sagen wir halt, gute Stöhnerin. Sie befinden sich hier, wir machen hier eine Bratte und da ist die auch da. Sie werden jetzt gehören, ich werde Sie holen. Bitte kommen Sie, bitte. Ach, da kommen Sie. Ich habe jetzt die Dame, die da eine Voyeurin spielen wollte, den Zuschauer. vielleicht, und vielleicht kriegt sie die Fute nass und nichts ist oben auf der Platte. Also, wie finden Sie sich hier, sind Sie etwas nervös? Wie heißen Sie denn eigentlich? Wie ist Ihr Name? Ach, Sie trauen sich dem Namen nichts an. Sie trauen sich... Also, wie heißen Sie denn bitte? Was machen Sie vom Beruf hier? Wette, Sie trauen sich das auch nichts an. Sind Sie? So sind wir hier geachtet. Er ist einfach beschämend. Also, bitte. Wollt Sie jetzt mit uns mitzustellen, kleines Kind? Sie nickt nur und traut sich nicht das Stimmchen. Erheben. Also, bitte. Ich will mir bei Ihnen jetzt etwas vorstellen. Und ich hoffe, die Dame macht Ihnen mit. Also, wir beginnen, meine Damen und Herren. Also, ich will mir... Hosentüren auf und nicht zählen. Aßlöcher. Scheiß, was ich höre. Hosentüren auf und rausch mit den Rumpste Popste. Jawohl. Und sie, blödige Frau. Futterlappeln auseinander. Zweige Finger rein. Witz, witz, witz. Wir sind schon mittendrin. Ah. 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 Bitte etwas leiser machen. Ah. Wir wollen nicht eine richtige Steigerung und einen Orgasmus haben. Wir wollen uns ganz hoch zirkeln. Ganz, 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 ganz hoch. Ah. 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 Ja. Ah. 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 Ja, 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 ja. Oh, wie ist das? Gott, wenn man das... Oh. Soll ich dich erhören? Ach, du. Oh, wie. Ach, du. Ich bin erfassend. Oh, ich bin erfassend. Du, 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 du. Oh, ja. Oh, ja. Ach, du. Du bist da. 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 Scheiße, sickerei! Ich bin wieder da, Schilder! Klapp, klapp, klapp! Klapp, klapp! Meine Herren, wenn das nicht der Ecke immer in Dicke gewaschen hat, ich weiß nicht, was ist denn da überhaupt? Pinken!